Oh jey! Let's go! Wir verteidigen Operations. Ich bin wieder mit Bosmo hier am Start und direkt erstmal den ersten Kill geholt nach 5 Sekunden. Bosmo, wie findest du das? Sehr toll! Ich find das total. Da hinten auf dem Boot... Oh man! Da war mal einer drauf. Oh, da hinten sind Sniper! Uh! Lass mal hinschwimmen! Willst du zum Boot? Oh ok, ich werd anvisiert. Pass mal mit dem Sniper da hinten auf. Ja, ja, ich nicht. Ich treff den leider nicht mit meinem Blöden. Gewehr aus der Entfernung. Deiner billige Sniper. Ja, ja, das ist halt... So aus mittlerer Entfernung ist das Ding echt geil, weil es halt beides kann so ein bisschen. Auf Nähe und der Entfernung, aber auf die Entfernung... Ach, guck mal, da hinten ist ein Kanz. Da kann ich jetzt leider nicht so viel gegen machen. Mhm. Da hinten kommt ein Ruckzeug, das ist sehr schön. Wo bist du eigentlich? Sind wir in irgendeinem Bruch? Ich schwimmt grad ne Runde. Nur mal so ne Frage, sind wir in irgendeinem Bruch? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich hab nirgendwo... Okay. Hast du ein Öffentlicher, oder wie? Ich weiß nicht, ich hab jetzt nichts eingestellt. Dann ist wahrscheinlich noch ein Privater. Scheiße. Oh, jetzt kommt er hier grad aber massiv. Fuck. Ich wurde von der Autobahn getötet. Der hat das deutsche Autobahnzeichen. Von einer Autobahn? Ja, das ist das Symbol des deutsche Autobahnzeichen. Weiß auf blauem Hintergrund. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Oh, Mist, da war ne Autobahn. Da war wohl ne Autobahn im Weg. Oh, ich wurde wiederbelebt. Thank you. Nein, ah, Mist. Thank you. Guter Mann. I like this guy. Okay, da steht ein Sanitäter zwölf Meter neben mir, man braucht er sich mit. Der Autobahn-Typ ist grad wiedergekommen und hat mich nochmal umgebracht. Das ist unangenehm. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Nein, wir dürfen nicht Bertha verlieren. Ähm. Äh, ist der Panzer immer noch, ähm, lebendig? Ich hab uns mal, unseren Trupp mal... Also ne, unser Trupp ist eigentlich öffentlich, glaub ich. Trupp Friedrich? Ja. Friedrich. Friedrich. Äh, ja... Ja, der Panzer ist echt noch da. Okay, perfekt. Bäm. 15 Schaden. Oh, boah! Machst du den Panzer grad? Ah, soos. Ah! Au! Nein! Bäm halt, ich bin ja hierhin gekommen. Ich bin ja hierhin. Bin ich auch mal. Bin ich. Ich glaub mal, hier bis ins Hotel läuft. Nein! Oh man, warum beteiligen die hier keiner mehr? Da haben wir. Das Gefühl, ich bin hier ganz allein. Das ist, glaub ich, normal bei Battlefield. Ist ja kein Teamspiel. Ah, jetzt kommen sie da alle. Das hab ich nicht gesehen, dass da grad drei Typen auf mich zu gerannt kamen. Scheiße. Ja. Da siehst du weich mal wieder zu Helden. Aber auch immer in diesem Haus. Zu heldenhaft gewesen. Ja, diesmal können wir sie nicht mehr aufhalten. Da sind jetzt echt viele. Ich glaube, das wird nix. Das Fenster aufmachen. Und sie haben B. Fuck das. Schade. Schwache Verteidigung. Ah, fickt euch doch. Schwache Verteidigung am Arsch. Da kommt der Panzer neben dem Langhof vorne. Scheiße. Oh Mann. Warte, warte, warte. Ich hab dich. Achso, okay. Ich geh neben dir. Nein! Da kommen sie da die Treppe hoch. Ja. Das war nicht gut für uns. Der hat jetzt... Ja. 0 zu 3 für den. Mhm. Oh, oh. Du versus Stein. Blöder Feind. Ich hasse Feinde. Können die nicht alle Freunde sein? Haa. Nicht in diesem Spiel. Nicht in diesem Spiel. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, Flugzeug. Ich geh ins Flugzeug. Ich stehe auf dem Flugzeug. Ähm. Ich will nach vorne rausgehen. Bomber fliegen. Macht Spaß. Oh weh, der... Oh Mann! Ich hab's gesehen. Dieser Ficker! Ich bin gerade gespawnt vor drei Sekunden in dem scheiß Flugzeug. Ich hab mich gerade nach vorne gesetzt und in dem Moment... Boom. Ah! Was für ein Arschloch. So sauer. Weil der Panther ist weg. Ah, warte mal. Hier ist neues Flugzeug. Warum sagt mir das keiner? Aber ich will das Flugzeug gar nicht haben, weil... Oh! 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 Ich kann gar nicht so gut mit Flugzeugen. Ich auch nicht. Kannst du das mit der Maus vernünftig steuern, so ein Flugzeug? Ich kann das nicht. Die ist ja, ähm... Umgedreht. Ja. Halt. Das wird immer ekelhaft. Du kannst das ja umstellen, aber ich, äh... Ich spiel das halt ganz gerne dann mit, ähm... Oh, Leute. Aber ich hab den jetzt gerade nicht angestöpselt, deswegen... Ich kann jetzt nicht fliegen. Ja! Hast du einen? Ja mit... Oh, dieser scheiß Sniper dahinten. Osmo, ich komme! Du bist verletzt! Wenn mich jemand eilen könnte! Bitte! Oh, oh! Sie kommen gerade! Reiß ich lebens! Tod! 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 Ich will diesen Manns! Ich liebe diesen Manns! Das geht auch gar nicht. Kommt selten vor. So, aber immerhin haben wir ihnen schon 20 Tickets abgenommen. Ah, ich kann ihn nicht wiederbeleben. Ah, Stahlentat. Hast du? Super. Äh. Ja, jetzt komm ich. Oh, ein Sniper direkt neben dir. Au, au. Ich brenne, ich brenne. Nein, ich bin tot. Okay, mit dem Messer. Hm. Zehn Meter von dir umgekippt. Warte. Seh dich nicht. Ich bin in so einer Kuh. Ah, da bist du. Da bist du. Was legst du auf mir? Das ist ja egal. Was? Nein. Ah, Mist. Ne, 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 komm. Du kommst du mir nicht davon. Unterm Boot, unterm Boot. Ja. Okay, das war's für mich. Jetzt ist er weg. Toll. Oh, jetzt kommen sie gerade so. Mit dem Boot hat er da fünf Leute hinten abgesetzt. Hinter unseren Linien. Das ist scheiße. Jetzt können wir bei B nicht mal mehr einsteigen. Das ist mies. Okay, dann jetzt A. Wir verteidigen jetzt A mit unserem Leben. Okay. Okay. Bist du eigentlich der Truppführer? Bist du Befehle? Oh, stimmt. Hab ich gar nicht gesehen. Ähm. Fällt mir nur gerade so auf. Gib mal Befehle. Okay, ich hab eigentlich gedacht, dass... Das ist groß groß. Weil du warst zum ersten Schiebführer. Ah, hinten rum läuft einer Richtung... Ich stehe gerade am MG so ein bisschen, aber... Okay, ist schnell. Oh, ne. Ja, hab einen. Der hat... Gefälltbeschütz. Ein Level 2 Typ. Noch einen. Ne, das MG war schon halbwegs erfolgreich. Das dürfen sie nur nicht von hinten irgendwie kommen. Guck mal, wir hobern gerade wieder B. Oh, das ist geil. Gib mal gerade den Befehl B zu holen. Ja. Oh, das war knapp. Ich hab den Befehl befolgt, weil ich einen geflüchtet hab, wie der stand. Super. So. Das ist weiter. Platz gespürt. Ja. Richtig Kaffee zwar, aber ich krieg ihn nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Die wollten mich gerade ausräuchern. Das hab ich gemerkt. Das ist gerade das Flugzeug direkt auf mich drauf gefallen. Oh, da kommt ein Panzer. Aber ich bin gerade noch weggerannt. Wo ist der Panzer? Ich sehe ihn. Und hier hinten rum. Ah, hinten rum. Au, au. Ich hab's gemerkt. Er hat gerade nicht geguckt. Schwere Kanone. Äh, von hinten? Was? Ach, die Autobahn. Die Autobahn. Natürlich. Ey, da spielen fünf. 40 Leute mit bei diesem Spiel. Ja, 20 Gegner. Und immer die Autobahn. Es steht 1-1. Zwischen mir und dem. Alter. Ja. Kann ich denn bitte eine Autobahn weghauen? Weiß ich auch. Oh, warum bin ich denn jetzt als Sunny eingestiegen? Obwohl er da... Schau mal. Ach, ne. Nein. Nein. Ich hatte ihn doch fast. Ich hatte ihn doch. Ich seh's. 28 hat er noch. Scheiße. Aber... Panzer. Neben mir steht einer. Neben mir steht... Ja, ich wurde wiederbelebt. Alter, bester Sunny ever. Krieg direkt... 15 Schaden. Direkt von mir erstmal ein Like. Panzer. Ah, scheiße. Hier ist überhaupt keine Deckung. Kann mir jemand Munition geben? Wenn du mir das sagst, dann hilft das nicht viel. Du musst den anderen sagen. Der umkreist mich. Der Iraner. Ja. Okay, die haben nur noch 30 Tickets. Das ist echt ganz geil bisher. Du musst noch ein bisschen halten hier. Und dieser Panzer ist einfach immer noch da. Ja. Weiß er. Ja. Oh mein Gott, mein Name. Nein, ich hab die Granate daneben gebrochen. Scheiß euch. Nein! Ich wurde von hinten erschrocken. Ah! Damit hätte ich rechnen müssen. Dass da jetzt einer kommt. Ach, der ist da? Hallo Panzer. Warum nimmt der... Okay, wenn jetzt echt schon seit Minuten keiner das Flugzeug nimmt, dann nehm ich's jetzt. Ich hab grad A überrannt ein bisschen. Nur der Panzer ist noch da. Okay, geil. Kann ich auch. Äh, 7-7. Oh. Oh, ich muss da aufpassen. B wird uns grad abgenommen. Angreifer. Äh. Oh Gott, wie ich Flugzeugsteuerung mit der Maus hasse. Ich muss eigentlich dieses blöde Gamepad wieder anstöpseln. Nein! Oh Mann! Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ich krieg den nicht! Nice! Ja! Den haben wir immer noch. Das ist unnormal. Ja, okay. Ich hab A markiert. Scheiße. Super, noch 10. Wir schaffen das. Sagt Merkel auch immer. Hat das gezeugt noch andere Waffen eigentlich? Nee. Och nein! Inmullition. Was ist der? Ja. Ja. Das ist nicht gut. Noch 7. Hand A gehört noch uns. Wir könnten es schaffen. Nein! Ach Mist. 9 zu 7. Wow. Frag. Bad Max. Danke Bad Max. So bad bist du gar nicht. Nee. Also Ungefil B haben wir schon mal bekommen. Yes! Wir haben gewonnen! Aber mein Flugzeug ist zerschellt. Danke dafür. Also ich wurde nicht abgeschossen, sondern wegen dem Skript jetzt. Die imprealistische Bestie ist verbunden. Aber sie lebt noch. Und wie oft dürfen sie noch? Zweimal ist immer dreimal. Insgesamt. Ja, aber wir haben ja nicht von Anfang an gespielt. Deswegen. Hätte ja sein können, dass sie schon irgendwie eins verbraucht haben. Ich hab jetzt noch zwei. Na dann. Weiter geht's. Ja, natürlich. Du bist der Tollste. Aber ist doch die erste Map, oder? Ist doch die erste Map vom Dings. Von der Operation, oder? Ja. Das heißt, wir haben gute Chancen, das zu schaffen, weil wir noch zwei Maps haben auch noch. Ich stell mal grad den... Achso, der Trupp ist öffentlich. Okay. Der Trupp sollte öffentlich sein, ja. Oh, guck mal, da ist noch einer reingejoint. Wir sind zu dritt. So, ich geh mal mit auf den Bomber, weil jetzt ist der Bomber ultra wichtig. So. Oh! Wow! Fort vom Dreadnought. Was passiert? Oh nein. Dreadnought. 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 Ausgesprochen. Dreadnought. So, jetzt ist nämlich das Flugzeug ultra wichtig. Wir müssen jetzt mit dem Bomber den Dreadnought machen. Am besten Torpedobomber. Ja. Ich hab jetzt für den normalen Bomber nur am Start, aber ich muss den... Ah. Na, jetzt muss unser Bomberpilot aber auch von einem fliegenden Bomben haben. Ich bin der Einzige bei B. Ja. Das ist nicht so gut. Alleinige Beschützer. Großartilleriewagen. Äh, kann der Bomberpilot bitte mal vernünftig hier irgendwas... Boah, wie gut sträfft mit diesem... Ach, Mann ey! Vom Dreadnought. Der Artilleriewagen, ey! Ah, das... Nervt mich jetzt ein bisschen. Von Land aus können wir echt gar nichts machen. Die Flugzeuge müssen jetzt halt alles machen. Wir müssen halt das blöde Ding kaputt kriegen, sonst haben wir... Immer diese Artilleriewagenfahrer. Keine große Chance. Ich werd mal versuchen... Ich werd mal versuchen... ... die Windows-Schubzeuge... ... gleich noch ein bisschen abzuschießen. Was? Hey, was? Oh. Alter! Woher hat mich der gerade erschossen? Krass, der Sniper da hinten. Okay. Okay. Aber direkt noch... So. ... 400 Trupp-Heilungspunkte bekommen. Warum auch immer. Sehr schön. Wir verlieren... Ah... Oh. Nein, 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 nein. Bei B? B, 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 B. Oh! Danke, Bernard. Shit, 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 shit. Die Leute, die da drin sitzen, sind ganz gut. Ja, die machen das nicht schlecht. Und unsere Bomberpiloten kriegen halt gar nicht die Reihe, leider. Hm. Okay, den Typen haben wir. Jetzt wollen wir ihn da... Au! Ich hab'n Flugzeug erschossen. Okay, da hinten kommt wieder ein Panzer. Ich hol' den... ...Sturmsoldaten. Ja, stürme mal den Panzer. Ah, vom Jäger... Ey, das ist das echt gut gewesen. Vom Jäger aus der Luft erschossen. Mit Maschinengewehren. Guter Typ. Ähm, okay, jetzt sind wieder die Bomber da. Ich werd' mal nochmal versuchen, denen zu helfen. Weil die brauchen halt auch gute... Oh, jetzt bin ich der Bomberpilot. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist schlimm. Naja. Ich hab' echt nicht viel Erfahrung damit. Man sieht halt auch nicht viel. Oh, da... Hey, what? Oh, der liegt da hinten. Oh, der liegt da hinten. Oh, der liegt da hinten. Oh, der ist da gott. Ja, scheiße, ey. Man kommt echt nicht an den Dreadnought ran, wenn die bisschen wissen, was sie tun. Mhm. Also, ich hab' jetzt nen Torpedo abgefeuert. Der hat auch, glaub' ich... Weiß ich nicht, ob der getroffen hat. Ich nehm's mal an. Ich steig' mal in nem Bomber, der da hinten ist. Kann mal draufholzen. Okay, ich geh' zur A. Wenn man ganz hinten, äh, bei der Festung ist, dann sind da ja ganz viele Landgeschütze. Ja, aber dann kriegt man das in Dreadnought. Das ist schon ganz gut designed. Man kriegt den dann ganz gut. Aber halt erst am Schluss... Wir verlieren Einsatzziel Albert. Der Chat ist auch wieder... Ja. Ja. Was für ein Arsch. Arscholocho. Problem ist, aus dem Flugzeug kann man keine Ziele markieren. Ist ein bisschen kröp. Doch, klar kannst du aus dem Flugzeug Ziele markieren, ne? Ja, aber das geht schwer, wenn du hinten sitzt. Wenn du hinten sitzt, kannst du's nicht gut, das stimmt. Aber an sich kannst du aus dem Flugzeug keine Vorrangziele markieren. Ach, B. 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 Okay, A. Ich bin bei A. Äh, nein. Ich kann mich schon schnell sehen. Oh, jetzt kommt ein Bomben. Ah, jetzt kommt ein Bomben. Ja, ich sehn. Ich kann nicht schießen. Alter, fuck. Oh, Mann. Jetzt. Scheiße. Voll von den Bomben erschlagen worden. Aber hier ist noch ein Sunny in der Nähe. Ja, verletzt. Verletzt. Und direkt wieder explodiert. Weil direkt das nächste Flugzeug kommt. Das ist nur eine Scheiße. Nein, dreht ihn doch nicht. Ah. Aber guck mal, sie nehmen die Gegenlade wieder ein. Oh doch. Alter, dieser scheiß Dreadnought. Ah, ich... Seen, ich bin zu ihr. Aha, zu ihr. Ich bin 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 zu ihr. Oh, Mann, ey. Dieser blöde Dreadnought. Können wir den mal bitte jetzt kaputt machen? Das nervt total. Weil... Dieses... Quasi... Spawn-Gekille. Mann. Mann, warum... Oh Gott. Boah. Du musst dich gar nichts machen, wenn du hinten bist. Wie, Leute. Ja, hinten ist echt scheiße. Das ist halt super, wenn du verfolgt wirst mit dem Flugzeug. Aber das passiert ja nicht so mega oft. Das... Ja. So, ich nehme jetzt meinen Sturmsordaten und versuche mal den... Wer reitet hier? Das ist aber einer von den Gegner. Scheiße. Immer dieses Snipe... Ach ne, das ist ein Kavalerie-Typ gewesen. Aber vielleicht kann ich jetzt auf einmal... Kann ein A markieren gleich, warte. Warte. Ja komm, belebe mich, belebe mich, belebe mich. Sani! Ja! Ja! Bester Sani ever! Oh man, oh man. Steht da irgendwo ein Panzer. Ich will den Panzer holen. Ich hab, äh... Wenn die Panzergranate jemand schlagen. Bring einfach mal raus. Fuck! Die sind Flugzei... Die gegnerischen Piloten sind der Wahnsinn! Ich schließe jetzt meinen scheiß Controller an, dann kann ich nämlich auch wieder Flugzeug fliegen. Wo ich gerade mal tot bin. Oder wird's mit dem Zielen ein bisschen lang... Ja, das ist dann relativ egal, weil mir scheitert's meistens eher am Fliegen als am Zielen. Ja! Oh mein... Oh mein... Oh, da ist wieder Bad Max. Bad Max? Bad Max. Ein Spiel für die Max. Aber... Ich glaub das Bad Max. Können wir mal den Panzer... Der steht da echt gut, der Panzer. Ich komm mal. Ah, die holen gerade A. Das ist auch nicht gut. Das ist so vieles, so schlecht. Aber wir haben ihn immerhin schon... 25. ...45 Punkte abgenommen. 25. Scheiße! Mann! Ich komm auch nicht an den Panzer ran, weil in diesen blöden Canyons überall Scharfschützen stehen. Vor allem er fällt jetzt zurück und... Ach nee, oder? Ach nee! Ja, wir haben den scheiß Sektor verloren. Ja, wir haben den scheiß Sektor verloren. Und der scheiß Panzer überlebt. Jetzt... Okay... So ein Mistkerl! Gut, dann machen wir jetzt aber... Jetzt machen wir das Ding fertig. Jetzt ist Schluss mit losgehen. Oh yeah! Ja, jetzt machen wir... Jetzt ist hier wirklich... So, wo sind meine... Wo sind meine Geschützer? Ich will meine Geschützer haben. Wo ist denn der Dreadnought? Da ist der Dreadnought. Als Sturmsotat. So, jetzt muss ich nur die richtige Entfernung hinkriegen. Also ihr seid in der Festung, siehst du wirklich gut? Äh... Ich hab's eben auf der Karte gesehen, ja. Das Problem ist, der Dreadnought ist noch sehr weit weg. Ich weiß gar nicht, ob ich da rankomme. Mit der Artillerie... Okay, mal gucken, was hier für Panzer jetzt kommen. Boah, das reicht noch lange nicht. Das reicht noch lange nicht. Das reicht noch lange nicht. Oh, da oben läuft mein Sniper. Gucken, maximale Entfernung. Alter, hier kommt einer hochgeklettert! Scheiße! Nein! Ach, Mann! Haben sie mich jetzt echt zu zweit gegangrapt hier, oder was? Ah... Oh nein, eine... Die klettern da gerade alle über die blöde Mauer. Oh... Lass mich wieder einsteigen! Lass mich wieder einsteigen! Lass mich wieder einsteigen! Das ist der Einsatzziel erreicht! Das hab ich auch gemerkt, dass der Feind schon hier ist. Hm... Ich wurde gerade aber sowas von getötet. Das ist nicht so... Ne... Von zwei gleichzeitig... Einer hat mich erstochen und der andere hat mich... Äh... Hat mich erschossen. Mann! Irgendwo steht... Warum steht denn da einer? W... Fuck! Auf der Mauer oben steht einer und erschießt alle, die an den Geschützen stehen. Das ist echt nicht dumm von ihm! Das muss man auch einfach mal sagen. Okay... Ich stell mich jetzt nicht einfach... Mann, ich treff den aber auch nicht! Wie gerade oben? Okay, ich grabe mal ein bisschen... Tschüss! Gut, gut! Gut, gut! Ach, während des günstens bin ich auch schon... Tschüss! Gut! Ja, auch noch! Ah, hier ist so'n blöder... Äh... Super-Panzersoldat, der... Macht hier grad echt Ärger! In der Burg! Ich hab ihn irgendwie 20 mal getroffen, aber er ist nicht gestorben. Hä? Ist da grad eine Bomber in unseren Innenhof gestürzt? Ich hasse die Snipers, die ich vom einen Ende der Map auf das andere treffen. Ja. Ich kann das komischerweise nicht. Weiß auch gar nicht, was da los ist. Och, Mann! Ja, diese... Also, unser Team suckt auf jeden Fall mehr als das gegnerische Team. Warte, 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 warte. So. Komm ich! Jetzt komm... Ich sollte bis jetzt warten und jetzt kommst du! Okay. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja... Zeig mal. Also, Dreadnought ist hinter der Festung, das ist irgendwie schön. Ja, ist egal, wir haben eh gleich die beiden verloren. Ne 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 ne... Ich bin nicht zu sehr auf diese Map ein. Die Nächste ist wichtiger. Ne 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 ne... Och, das ist für die nix mehr. Oh, nee! Der Turm ist weg! Ja. Er hat auch ne... Oh, da unten ist... Ich leg mich jetzt mal hier neben B, damit wir das wenigstens so ein bisschen halten. Stimmt, aber echt. Naja, ich hab A geschossen. Okay, B haben wir noch, das ist gut. Das ist auf jeden Fall nicht so scheiße. Du stehst auf dem Turm, sehr gut. Ja, mit Holz auf dem Panzer. Mit K geschossen. Mit dem Panzer. Ausgeschaltet! Hast du den Panzer geholt? Ja! Das ist wichtig gewesen. Mit K geschossen, einfach nur. Machen wir irgendwie so acht. Nein, Mann, wieso? Hat der sich denn jetzt schon wieder wegteleportiert? Da kommt einer. Äh, ist... Nein, au! Au, man, wie... Ich treff den nicht. Bin ich irgendwie besoffen? Kill den doch. Ich hasse ihn so sehr. Ich komm wieder zu dir. Aber wir haben aber A zurück. Sehr gut. Alter, das wird nochmal richtig spannend jetzt hier. Das wird nochmal richtig spannend. Erstmal so schön campen. Ja, komm, wir verteidigen jetzt B hier. Scheiß auf. Alles. Alles gut. Hast du vielleicht Munition oder so? Nee, ich bin auch Sunny. Sorry. Das wäre jetzt schlau gewesen, ne? Wenn ich Munition mit drüber höre. Äh, man fährt. Steht ein Pferd auf dem Flur. Der ist echt schnell. Der fährt. Der fährt aus da. Na, der Mann auf dem Flur. Ah, da steht wieder Panzer im anderen Hof. Das ist toll. Aber ich hab auch keine Karmschutzung. Dreadnought ist auch gleich tot. Sehr gut. Ich markiere mal den Dreadnought. Ich hab'n Dreadnought gesehen, Leute. Da hinten. Müsst ihr mal was machen. Das ist echt blöd, der Dreadnought. Oh, da hinten ist einer auf der Mauer. Oh, da hinten ist einer auf der Mauer. Wat? Die Autobahn. Kannst du vielleicht runterrennen, da auf dem Feldbeschütze stehen. Warte, ich muss hier grad vom Turm bis ins Snipern. Hier sind grad viele, viele Gegner auf die Mauer hinken, bei den Schützen geklettert. Sehr dagegen. Ach. Kannst du sowas brauchen? Oh, das Printschirm. Gib mir die Tausenpunkte. Komm schon. Los. Jetzt. Stopp. Ah. Gibt's doch nicht. Hast du nicht geholt? Schade. Nein, der eine Typ hat's auf dem Kommen aus unserem Grupp. Wow, heady. Nice. Niceer Scheiß. Oh, reviving. Also ein B sind ein paar, ne? Ja, ich schieß gerade. Vielleicht sieht man's, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir's? Nein, wir haben verloren. Ah, scheiße. Okay. Verdammt. Aber dann geht's auf die nächste Map. Weiß ich nicht. War's halt gut. Aber ich auch. Aber ich bin 22 Mal gestorben. Das war nicht so gut. Aber egal. 22 Mal. Ja, aber trotzdem hab ich genauso viele Punkte wie du. Also, was hast du falsch gemacht? So, ja, dann kommen wir noch auf die nächste Map. Ich würd aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Wenn ihr sehen wollt, ob wir das schaffen, dann schaltet wieder ein. Also, bis dann. Ja.